An alle Angelkudder aus Heiligenhafen und Burg Starken, ich habe gerade Bescheid bekommen, Frau Merkel kommt wahrscheinlich früher. Wir sollen so schnell wie möglich zum Sammelplatz vor der Seebrücke uns einfinden. Vielleicht macht das noch Sinn. Gutes Gelegen. Wir fahren jetzt raus aus Heiligenhafen zur Angler-Demo 3.0. Wir sind hier an Bord der MS Einigkeit. Ich bin der Kapitän Thomas Deutsch. Mutti kommt nach Heiligenhafen. Wir müssen noch mal Flagge zeigen. Und wir hoffen, dass jeder es jetzt verstanden hat, es geht hier um unser Überleben. Also Frau Merkel wird ja vor dem Seebrückenplatz eine Rede halten und wir treffen uns mit zehn Großschiffen von Burg Starken und Heiligenhafen vor dem Seebrückenplatz, um einmal Flagge zu zeigen. Und damit wird Frau Merkel uns wahrnehmen. Und dann werden wir hier vor Ort mit allen Schiffen unser Signalhorn ertönen. Und das wird nicht zu überhören sein. Hoffen. Und dann? Ja. Wofür war das das Zeichen? Das war das Zeichen der Eindringlichkeit. Ich hoffe, dass es irgendetwas bewegt. Jetzt liegt es an Angie. Mehr können wir nicht tun.